Ja! Wir sind zurück. Kari fliegt. Das kann ja nur schief gehen. Soll ich dir den Showmodus mal ausmachen? Ne, warte mal noch kurz. Du kannst auch das Richtige mehr nehmen. Gerade so einfach nur. Ich sinke gerade nicht, ne? Doch, minimal. Ne, 50... Jetzt steigst du rapide. Rapide, rapide. Boah, Scheiße, Scheiße. Zaghaft. Jetzt am besten Schnauze rum. Ne, Schnauze. Erst die Schnauze. Wollen wir noch ein bisschen runter? Wo ging's drin? Was denn erstmal? Pömpel dich aus! Pömpel dich aus, mein Freund! Nimm dir alle Zeit, die du brauchst! Okay, ich hoffe ich gerade runter passiert. Da dürfte erstmal nichts passieren. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Sehr gut, sehr gut! Wir kriegen das jetzt zusammen. Oh Gott. Pömpel schön unter mir, mein Freund. Pömpel schön unter mir. Es fliegt da vorbei! Ne Libelle. So tief ist es schon. So. Jetzt ist genug gepömpelt. Ja, der tunkt ja dann gleich ins Wasser. Das ist ja eh vorbei. Mit Pömpeln. Wie sagtest du, du würfelst noch nicht die Wasserfläche auf. Ja, ich gucke immer auf den Höhlenmesser. Ja, ja, sehr gut. Und... taucht! Hallo? Ich hätte gern Wasser. Ey, hallo? Unfair! Äh... Ne, sonst ziehen wir mal wieder hoch einfach. Das geht nicht! Ist aber voll. Hä? Warte, das Wasser rauslassen? Geh! Jetzt hab ich's abgeschmissen. Jetzt hab ich's abgeschmissen. Ah, du hast ja die Rücktasse, ne? Ah! Scheiße! Ah, kacke! Jetzt kannst du nicht noch ne Runde einfliegen. Ne, willst du erst mal steigen? Was machst du? Ich will neu starten! Oh! Was soll ich denn? Nein! Wer schaltet jetzt immer da? Wieso? Na, weil du deinen Dingsbums verloren hast. Ich will ihn doch wieder haben. Der pöppelt jetzt da unten irgendwo. Na toll! Ich flieg rückwärts. Drehen geht hier. Okay. Hä? Okay. Das war kurz ein Fehler am Spiel. Das ist jetzt strange. Ich hab keinen Pumpel mehr, aber egal. Versuch's doch einfach mal. So, als wäre da einer. Ja. 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 Versuch ich jetzt auch. Halt. Da steig ich noch her, ne? Ja. Ja, minimal. Jetzt hab ich nen Störstand. Wuhu! Jetzt denke ich. Es ist auch schön, dass der im Brand jetzt woanders ist, oder? Ne, ne, das ist da. Ja, man sieht ja gar nichts. Weil wir so hoch sind. Achso. Nase hoch. Nase hoch. Nase hoch. Nase hoch. Nase hoch. Nase hoch. Und aumentar. Endlich ... dasselbe festige, wenn die Kreise grün werden. Das denk ich mal, ich denk, man muss erst mal... Ich hab ja nix mehr zum löschen, ne? Ja, reicht, danke. Ich hab ja nix mehr zum löschen. Na, einfach so tun halt drauf. Was man mal drauf sagt. Ja, es tut sich aber nichts, geh war das doch, ne? Geht nicht. Hier geht gar nix. Guck mal, ob dein Dunkel noch da steht. Ups, hab ich aus Versehen? Den wurde ausgemacht. Wie er zuckt. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ist das ein Mensch? Scheiße. Hä? Sonst noch mal ein bisschen abbrechen und mach nochmal einfach. Hallo. Achso, welchen hab ich denn? Den blauen ja. Himmel! Ja, komm. Hier sieht's ja auch, man set him over the tank. Über den Wasserbehälter, ja. Äh, eh. Ja, das war halt das, was ich vorhin nicht gecheckt hab. Weil ich dachte, ich muss vielleicht zum... Du kannst im Prinzip nur nach oben fahren. Nur nach oben, dann schwenk nach rechts. Ja, aber auch ein bisschen, ja. Da war ich ja eigentlich schon. Wie, was reicht schon? Ja, du musst ja erstmal den Wassertank aufnehmen. Da steht ja gleich hier rechts. Ja, das war nicht mit rechts. Und oben. Oh, der Gegner. Wir quatschen zu viele Leute in mein Ohr. Das ist ein Millimeter. Ja. Das war ja wieder die scheiß Perspektive. Naja, genau. Naja, das ist vorhin ein Stück. Äh, selber fester. Ich weiß nicht, ob ich so erweist. Oh, Schick. Gäh. Ich muss jetzt ein Messerstörung rein. Also wir hätten da was einfach sofort. Sehr okay, das sei schon mal schön. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Oh ja! Geht da unten? Hat das eigentlich los? Wie ist das denn? 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 Es ist ein bisschen flüssig Ja Wie ist das denn? Wie ist das denn? Was? Ist das denn zufrieden? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Was? Oh ja, wir haben viele Der muss da hoch. Oh, das ist spannend. Ach guck mal, da links war er. Ne, da rechts war er nicht. Da rechts, da links ist er schon. Er ist schon. Komm schon, ich war schon beugtig. Bring mich runter, Baby. Wir kriegen dir ein bisschen noch hin. Wir sind immer noch bei den Anfängen. Warte mal, warte mal, du bist zu weit. Warte mal, du bist zu weit. Ich weiss, ich dreh gleich noch. Da ist... Ein weiteres Stück davon, das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ich hab noch. Ich bin noch nicht drüber, ne? Ich bin noch nicht drüber, ne? Ich weiß auch nicht, ob wieder so eine Grünanzeige kommt. Das wollte ich vorher noch mal rausfinden damals. Deswegen bin ich noch nicht so tief gegangen. Aber ich glaube, es kommt nicht so mit der Grünanzeige. Tja, aber nur da an der Schienflammen. Also nichts damit. Aber jetzt bin ich noch mal drauf. Jetzt hab ich noch ein Stück. Jetzt hab ich noch ein Stück. Ich hab vielleicht noch ein Stück. Vorher noch, ne? Wegen Perspektive und so. Ja, ja, ja. Jetzt vielleicht nicht gerade drücken, da ist nämlich alles hinten auf dem Feld. Was? Wir russen eigentlich. Ah, ja. Jetzt hab ich das Schnee abgeschmissen. Was war denn löschen? Ich glaube. Scheiße. Ach, Mann. Wie kriegt man das wieder? Ich verstehe noch nicht, wie man das ist. Steht das jetzt noch da unten, oder ist es weg? Verbrannt. Es ist weg, ne? Ach, Mann. Wie ist es denn hinten, oder? Nein. Es ist weg. Ich verstehe mal nicht, warum ich da hinten rutsche. Ich müsste das dann eigentlich wieder aufnehmen können, ne? Oh, ja gut. Wir versuchen das dann noch alle anderen zu meinen. Weißt du, weil da ist der Fall jetzt noch da, ne? Wenn ich eigentlich runtergehen würde, müsste ich es doch wieder aufnehmen können. Aber das ist ja leider zu tief, weil dann explodiere ich, glaube ich. Ach so, ich glaube, das ist das Zeichen. Wenn wir Wasser ablassen. Das wäre jetzt die richtige Höhe. Ja, aber auch Wasser ablassen und nicht den ganzen Behälter ablassen. Aber das wäre jetzt die richtige Höhe zum Löschen. Ja. Und nicht von irgendwo da oben, sondern so tief muss man runter. Na gut. Dann können wir es beim nächsten Mal ja tatsächlich schaffen. Oh, 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 oh. Also in diesen Folge noch einmal. Bis dann.